Hallo, hier ist der Martin von MoneyMankies, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 6.05.2020 und unser DAX schiebt hier wilde Loopings, den hat es ordentlich hin und her gewirbelt, immer mal wieder aus der Steilkurve rausgeworfen. Also wenn wir das mal so betrachten, welche Ausgangslage wir hatten, muss man schon sagen, dass das ein bisschen enttäuschend ist, was er gemacht hat. Also auch wenn man ihm jetzt mal hier Positives andichten will, ohne hier einen Permabear raushängen zu lassen, haben wir ja gesagt, dass es durchaus eine gute Vorlage ist, um sich hier gut nach oben ein paar Meter vorzustoßen. Wir haben gesagt, solange der über der A590, über oberhalb der A600 bleibt, dann hätte er gute Karten, sich rauszuwenden, sich oben rauszudrücken. Und natürlich mit der Vorlage auch, oben Gap plus 8.20. Ich sag mal, 8.20 jetzt zum Dienstag zu sehen, also warum nicht? Also das ist, warum nicht? Das wäre die Vorlage eigentlich überhaupt gewesen halt. Also von daher muss ich schon sagen, vom Tagesergebnis ein bisschen unbefriedigend, was er jetzt draus gemacht hat aus seiner bullischen Vorlage halt. Ein bisschen in Schutz nehmen muss man ihn, weil von der Grundtendenz, also von der Grundströmung des Geldflusses hat er konstant nach oben getrieben. Er ist über den ganzen Tag eigentlich nach oben geruckt und hat nur immer mal wieder volle Breitseite gekriegt, wenn Nachrichten reinkamen. Das war jetzt zum Ende hin nochmal so, als die FED sich ein bisschen skeptisch Europa gegenüber geäußert hat und auch dann noch so ein paar andere komische Sätze losgelassen hat. Das war aber auch am Vormittag schon mal zum Morgen, als hier auch entsprechende News vom Verfassungsgericht, was ist das Verfassungsgericht? Ich weiß es nicht genau. Von irgendeinem Gericht kam bezüglich der EZB Anleihenkäufe, wo man gesagt hat, okay, die sind in Teilen verfassungswidrig. Das waren zwei News, die haben uns ordentlich nach unten katapultiert mit ordentlich Dynamik, unten auf die 5,20 auch drauf. 5,20 hatten wir gesagt, wenn er drunter geht, Verkaufssignal. Wenn er drüber bleibt, Kaufsignale Richtung eben hier, was haben wir gesagt, 6,80, 37, 57 und 8,20. So, die 57 ist geworden, hier diese Dolchspitze, das Tief hier unten, das Tief da unten von der Kerze, da haben wir uns oben dran vergangen, sind daran letztendlich sogar auch gescheitert und weggekippt. Das heißt, im Grunde genommen ist das durchaus ein akzeptabler Rücklauf. Also, Sie sehen das auch da oben exakt am Supertrend auch dran gewesen, weil der liegt jetzt hier unten an dem letzten markanten Punkt und der war hier an dem Tief. So, das heißt, wir haben durchaus ein belastbar Ressort, wenn der DAX weiterfällt halt. Also, wenn er fallen sollte, ich hätte hier weiterhin meine 360, 380, 375 noch im Verdacht, 375, 360, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber dazu muss er ein bisschen treiben, das sind ja schon, ja gut, 250 Punkte, das ist nur auch kein Zuckerschlecken, nicht ganz so leicht gemacht. Ich würde aber jetzt schon sagen, alles was jetzt unter, und damit können wir eigentlich die These vom Vortag wieder mitnehmen, alles was unter 5,90 ist, ist erstmal leicht negativ. Alles was unter 5,20 geht, tatsächlich ist das Verkaufssignal dann. Und von daher würde ich jetzt schon mal, es wird langsam von der Volatilität ein bisschen grenzwertig, dass wir hier so, ist so lahm, kommen wir mit den Pfeilen gar nicht mehr richtig hin. Aber ich würde schon denken, kann hier nochmal rein. Wenn er das nicht macht, wenn er zum Mittwoch positiv kommt, über 6,90 geht, ist für mich ein Long-Kandidat. Na, also alles was so über 6,90 schon wieder geht, über den Ausgangspunkt, wo er sich jetzt hier nach unten weggeknallt hat. Ja, alles was so über 6,90 ist für mich Long. Ja, das heißt, ich würde mir von dort dann einen Long suchen Richtung 57, Richtung 8,20, bei 8,20 vielleicht mal was rausnehmen. Rücklauf wieder abwarten auf 7,30, 7,50, von dort dann nochmal probieren Richtung 900, dort auch mal wieder einen kleinen Rücklauf abwarten und weiter Richtung 11,100 und 11,300. Na, also das muss ich schon ganz klar sagen, oberhalb von 7,50 kriegt man ein Kaufsignal, oberhalb von 6,90 wird der DAX positiver. Ja, das können wir mitnehmen und ansonsten wäre nach unten jetzt erstmal ein bisschen Fallhöhe einzuplanen. Müssen wir gucken, wie geht er jetzt damit um, wie gehen auch die Europäer jetzt am Morgen um. Die hatten alle schon Feierabend, als das jetzt von der FED noch kam. Die Amerikaner haben sich da jetzt ein bisschen erschrocken gezeigt, ein bisschen wegverkauft. Fanden das jetzt nicht so ganz so glücklich, was da gelaufen ist. Y7 kennen mich da auch, hab da schon wieder viel zu viel Nachrichtenschlacht drin. Okay, also 5,20 bleibt wichtig, auch kurz drunter. Gucken Sie mal hier auf meine Linie, die liegt bei 5,10. Das ist sich nicht komplett verarschen lassen von dem, wenn er bloß mal kurz unter die 5,20 drunter tippt. Bleiben Sie da ruhig, warten Sie ab. Denken Sie nicht, Sie verpassen hier irgendwas, der bewegt sich jeden Tag. Und wenn Sie 5 Tage nur zugucken und den machen lassen und am 6. Tag ihm das Messer in die Brust schlagen, ist es immer noch besser, als wenn Sie 300 Mal an den Tagen vorher mit dem Messer um den Drumherum bloß schlagen. Der Sie blöd anguckt, einmal die Faust zusammenballt und ihn voll in die Fresse haut, haben Sie nichts gekonnt. Also in dem Sinne einfach ruhig bleiben, nicht versuchen jetzt hier auf Krampf irgendwo da mitschwimmen zu wollen. Das klappt immer nicht, haben wir auch im Chat jemanden gehabt, der da hier heute auch doll auf die Nase gekriegt hat, der auch unbedingt bei einer Bewegung dabei sein wollte. Das ist ganz, ganz, ganz schwierige Angewohnheit, ganz schlechte Angewohnheit auch und oft nicht viel Ertrag bringend, weil in dem Moment, wo man versucht, nur irgendwas hinterher zu rennen, das geht nicht gut aus. Man handelt dann rein emotional, dann steht man unten am Tief und war tatsächlich so, steht man unten am Tief da und denkt, der fällt auf 8.000 und steht oben am Hoch und denkt, der fällt, er steigt auf 11.000. Man ist da genau verkehrt rum im Kopf. Wenn Sie sowas merken, dass der Markt genau das Gegenteil macht von dem, was Sie wollen, dann sind Sie A, zu emotional oder B, haben Sie zu lange keine Tradingpause gemacht. Also auch mir geht das ab und an mal, dass er komplett gegen mich läuft, also dass er überhaupt nicht das macht, was ich haben will, so richtig dagegen. Da hilft dann wirklich einfach nur Pause. Mal wirklich einen Tag nicht handeln, zwei Tage nicht handeln, mal vielleicht auch bis zum nächsten Wochenende. Also was weiß ich, wenn jetzt Mittwoch ist, Sie sagen sich, okay, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Feierabend, Montag setze ich wieder an. Das hilft ungemein, glauben Sie mir. Das macht so viel aus, wenn Sie einfach mal so eine Bewegung angucken, die nicht mithandeln, einfach mal ablaufen lassen und dann irgendwann an einem bestimmten Punkt, wo Sie sehen, oh Gott, guck mal, jetzt dreht er sich genau an der Stelle auf, dann wieder anfangen zu handeln, weil das ist gut, dann sind Sie geduldig, dann passen Sie die richtigen Momente ab. In dem Moment, wo Sie den ganzen Tag drin rumfuschen, kann es Ihnen passieren, dass Sie hier unten long wollen, aber schon hier oben drin stehen und am Ende gezwungen sind, hier unten rauszugehen, um vielleicht short reinzugehen und dann fragen Sie sich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht jetzt hier, ne? So, und das ist zu viel Nähe am Markt, zu emotional, zu lange auch in den Positionen drin, man sollte da nicht zu viel Zeit verhängen, aber gut, das ist alles hier Seminargeschwafel. Sie kennen sich ja aus, Sie sind ja Profis, beziehungsweise ich darf Sie hier auf dem YouTube-Kanal nicht beraten. Genau, ja, gut, ja, lassen wir das so stehen, Sie haben es mal gehört, vielleicht auch das eine oder andere für den einen oder anderen dabei, gucken Sie mir auf die 5,20 bitte, ja, wichtig, 5,20, 5,10, sollte man drauf gucken, wenn er schwach reinkommt, ist ja schnell erreichbar, lassen Sie dem mal vielleicht 50 Punkte Downgap noch vorbringen, dann ist das bloß ein Fuffi, den er nach unten machen muss und alles, was drunter geht, von meinen Augen, dann ein neues Tief, ja, das kann hier kommen, sollte das nicht kommen, sollte der durchrauschen, dann muss man sich schon ein bisschen festhalten, ein bisschen anschnallen, denn dann denken Sie mal an das, was wir vor 2, 3 Tagen hier im Monatschart gezeigt haben, in dem Bereich hier unten, ne? Das nicht so ganz aus dem Kopf verlieren, nicht ganz aus dem Hinterkopf verlieren, in dem Moment, wo der Markt Schwäche zeigt, muss man da dran denken, sollte man da dran denken, ist einfach ein übliches Muster, was dann immer wieder kommt und, ähm, trotzdem, kritisch bleiben, wenn Stärke kommt, halt einfach mithandeln, wirklich wie, ne, also, wie sagt man immer, ne, wie Huren sich verhalten, so ein bisschen, mit dem Geld einfach schwimmen und das machen, vielleicht nicht unbedingt das, worauf Sie gerade Spaß haben, aber Sie können sich das dann aussuchen, dann lassen Sie das weg, was Sie vielleicht nicht handeln wollen, dass Sie da vielleicht auch einfach ein schlechtes Gefühl mit haben, es empfiehlt sich, ähm, bei einem schlechten Gefühl nicht das Gegenteil zu handeln, sondern einfach auch mal vielleicht gar nicht zu handeln, ne, dann handelt man auch nicht nur nach Bauch, aber man handelt einfach mal auch gar nicht und das ist auch gut. In dem Moment, wo Sie Positionen eingehen, mit denen Sie sich unwohl fühlen, ist es oft so, dass Sie im Trade-Verlauf so schwierig laufen, weil Sie einfach unsicher drin sind, Sie sind nicht überzeugt von Ihrem Setup und dann brechen Sie es ab, schieben die Stopps an der falschen Stelle, oh, jetzt mache ich schon wieder halbes Seminar, nein, wir wollen Analyse machen, ähm, das sind meine Marken, 5,20, 5,10, hier unten die 3,75, 3,60, finde ich nach wie vor super, springt mich total an, könnte ich mir vorstellen, dass die die Woche kommt, wenn wir Schwäche kriegen und ansonsten, ich suche mir über 6,90 Longs, das muss ich auch ganz klar sagen, ist mir dann, äh, mein Geschwätz vom Vortag letztendlich auch egal, wenn der Stärke zeigt, mein Gott, dann mit, müssen wir machen, ne, nützt ja nichts, wenn wir uns dann aufregen und sagen, boah, das ist alles Mist hier, und steigt denn der, alles übertrieben, scheiß Notenbanken, hilft nicht, ne, müssen mitgehen, gut, okay, haben wir das, Tagesschart, hatten wir schon mal drauf geguckt, können wir abkürzen, ähm, war eine super Vorlage nach oben, Rohrkrepierer geworden, würde ich mich jetzt eher nach unten andichten, aber, ja, es ist halt auch nichts, halbes nichts Ganzes, also, das ist keine Kerze, wo man jetzt verurteilen muss, ne, wir haben gesagt, Tagesschluss unter 4,40 wäre schlecht, das ist es nicht, ne, also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt keine Katastrophe, aber es, es ist einfach ein bisschen enttäuschend, ne, auf die Vorlage, die er vorher, die er geliefert gekriegt hat, das ist schon enttäuschend, jetzt 30 Punkte höher zu schließen, nach so einer schönen Drehkerze, das ist schwach, ne, also, wenn der da jetzt runterfällt, runterkippt, müsste man schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ne, könnte sich ein bisschen mehr loslösen, ähm, gut, okay, mehr kann ich Ihnen gar nicht mitgeben, das sind die wichtigen Punkte, auf die ich mich konzentriere, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, trinke Ihnen die Daumen, dass wir es rausgekriegen sind, bleiben Sie bitte ruhig, lassen Sie sich nicht nötigen, ähm, insbesondere all diejenigen, die jetzt hier auch mit Homeoffice und so weiter neu dazugekommen sind, das sind ja doch einige, die sich jetzt mehr dem Markt widmen können als sonst, ähm, ich sag's Ihnen auch gleich, wie es sonst ist, ne, stellen Sie sich nicht vor, dass einer von den Tradern ihren ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt und jede Sekunde das Ding anstarrt, die ganze Zeit im Markt ist, 300 Positionen offen hat und dann am Monatsende Millionär ist, ne, also, bitte, bitte das real, rational betrachten, Ziel eines Traders ist es wie eines Hobby-Traders, also, es sollte das Ziel eines Hobby-Traders auch sein, so wenig wie möglich im Markt zu sein, punkt, so punktuell wie möglich zu agieren und da ist es nämlich eigentlich sogar egal, ob Sie dann irgendwann wieder arbeiten oder nicht, wenn Sie das jetzt lernen, in der Phase, in der Sie sich hier beschäftigen, lernen, diese Distanz zum Markt zu halten, das ist das Beste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie danach wieder arbeiten und weiter traden, weil Sie dann eben diese Distanz sogar künstlich noch gesetzt haben, wissen Sie, der eine oder andere, der muss sich zwingen, weil er den ganzen Tag davor sitzt, der geht dann mit dem Hund Gassi machen, und wenn er merkt, okay, er ist jetzt zu dicht am Markt dran, er guckt zu lange hier auf die Charts und so weiter, man muss Unterbrechungen reinkriegen, auch ein normaler Trader, also jemand, der den ganzen Tag davor sitzt und nichts anderes macht, außer handeln, außer traden, in der Regel sitzen die auch nicht die ganze Zeit davor und klicken nur das durch, also, die machen immer irgendwas anderes noch nebenbei, beschäftigen sich mit anderen Sachen, gucken mal hier und rechts, machen hier und da, lesen auch vielleicht mal einfach eine Zeitung, aber es ist nicht so, dass, wenn man hier die ganze Zeit draufstarrt, jede Pupsbewegung versucht mitzunehmen, dass man dann erfolgreich ist, also alle, die ich kenne, die profitabel handeln, da sind viele dabei, die handeln manchmal sogar drei Tage in der Woche nie, die sagen, sie haben zwei Tage, in denen sind sie richtig gut in der Woche, das ist meinetwegen Dienstag und Mittwoch, dann handeln die jeden Dienstag und Mittwoch in ihrer halben Stunden Zeitfenster, wo sie sagen, da haben sie die beste Kurve, holen sich dort ihre 30, 50 Punkte raus, und das machen die jede Woche immer wieder aufs Neue und so arbeiten die. Man hat da als Außenstehender, also ich spüre das zumindest so, wie mir das dargestellt wird, oft eine falsche Vorstellung, worauf es beim Trading ankommt. Das kommt nicht darauf an, jede Information zu verarbeiten, bei jeder Bewegung dabei zu sein und jeden Punkt mitzuhandeln. Das ist nicht Ziel beim Trading, sondern selektiv, punktuell, nur ganz elementar, die Sachen rauszuknipsen, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Und das kann man auch, wenn man nebenbei den ganzen Tag, was weiß ich, zwölf Stunden was anderes arbeitet. Weil das wird, also verbal, das wird immer wieder vorgetragen. Ja, ja, und dann habe ich gar keine Zeit mehr, das alles zu lesen, und dann habe ich gar keine Zeit mehr, das alles zu machen. Das braucht man gar nicht. Das reicht eigentlich früh reingucken, vielleicht am Mittag, mal kurz reingucken, gibt es irgendwo was, eine Order setzen, irgendwie was schieben, fertig, kann das schon sein. Also, es muss nicht bedeuten, dass man immer davor sitzt. Und diejenigen, die jetzt im Homeoffice sind, sollten sich deswegen zwingen, ja, oder diejenigen, die jetzt hier handeln, obwohl sie sonst nie handeln, die sollten sich zwingen, diese Distanz zum Markt zu wahren, nicht die ganze Zeit drin rumzufummen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut fürs Ergebnis. Sie brauchen Distanz, sie brauchen Abstand, immer wieder was anderes machen, auch mal ein paar Stunden nicht investiert sein, dann schön drauf warten, geduldig sein, drauf warten, dass der Markt das macht, was sie wollen und dann kann das erfolgreich werden. Aber nicht, nicht hier, oh, ich muss immer dabei sein, oh, scheiße, ich habe was verpasst, oh, so eine Kacke und oh, das ist doch alles Mist und oh, jetzt ärgere ich mich, dafür gehe ich jetzt hier rein und oh, jetzt habe ich hier den Anstieg verpasst, dann gehe ich eben im Dow. Ne, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Punkt. gut. Na, so, jetzt haben wir trotzdem wieder ein halbes Seminar gemacht. Ich mache aus, das muss ja noch fertig werden. Ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg. Wir hören uns morgen. Ciao.